Eine erfrischende Unterhaltung bei einer neuen Folge von 2M hoch 2 wünscht Ihnen die Spezialbierbrauerei Forst. 2M hoch 2 vi porta oggi a Vipiteno. Siamo all'ingresso del Palazzo Municipale, il cui portone risale addirittura alla fine del 1500, come potete vedere, 1594. Vi ricordo che il Palazzo Municipale di Vipiteno è uno dei più belli di tutto il Tirolo storico. Insieme a me c'è Norma Corti, la guida della città di Vipiteno, che ci racconta qualche cosa di particolare. Volevo dirvi che nello stesso periodo è stato ritrovato in questa zona uno dei reperti di epoca romanica più importanti di tutta la nostra terra e possiamo vedere la coppia nel cortile interno. Herzlich willkommen in Sterzing. Wir sind hier im Lichthof des wohl schönsten Rathauses von Tirol. Und vor uns ist der berühmte Mithrasstein. Der wurde im 16. Jahrhundert in Mauls gefunden. Das hier ist allerdings eine Kopie. Das Original befindet sich im sogenannten Ötzi-Museum in Bozen. Bei uns ist Günther Ennemoser, der berühmte Chronist des Bezirks Sterzing. Herr Ennemoser, was sehen wir hier? Also hier in diesem Mithrasstein sehen wir in der Mitte die Gottheit Mithras mit seinen zwei Knechten, Kautes und Kautobaks. Oben die Symbole der Sonne und das Symbol des Mondes. Mithras tötet gerade den Urstier, Symbol des untergehenden Tages in der Sonnenbende. Hier haben wir Tag- und Nachtgleiche und nun neigt sich der Tag wieder zu Ende. Und diesen zu Ende gehenden Tag stellt dieser zu tötende Stier dar. Unten noch Schlange und unterhabe Symbole der Gestirne. André und mein Kollege Günther, alle mie spalle, erzählten die wichtigsten Stier dar. Che ha un valore assoluto nel periodo romanico in Alto Ahe. Realizzato in marmo di Racines. E rappresenta il dio Mitra. Un dio molto venerato dai soldati romani in quell'epoca. Dio della luce viene sempre figurato nell'atto di uccidere il toro sacro. Cioè il bene contrapposto al male. Alla prossima con due m². Bis zum nächsten Mal bei 2M hoch 2, präsentiert von der Spezialbierbrauerei Forst. Unsere Welt, unser Bier.